Wir waren fleißig für euch. Das Rock, wir sind fast fertig. Wir haben geschleppt, geschoben, gemalt, geputzt, geraucht, gegessen, verkabelt, beleuchtet, gefilmt, geschissen, getrunken, geflucht, dekoriert, gemessen, telefoniert, geflucht, habe ich glaube schon gesagt, geschabt, verzweifelt, wir haben nachgedacht, wir haben gekehrt, gedrückt, und wir sind für euch gekniet. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem, wie es geworden ist. Wir sehen uns beim Pre-Opening. Hurraaa! 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 Hurraaa!